So, da sind wir wieder zurück mit dem zweiten Cup nachdem ich ja glorreich den ersten Cup gewonnen habe Ganz knapp Wie viele Rennen waren es? Fünf und wie viele davon habe ich gewonnen? Fünf Wie ist drin? Ganz knapp Ehrlich? Ich nehme jetzt den Tag Ich nehme jetzt einfach mal Dongekong Junior Ach, das ist Dongekong Junior? Ja, ja Ist Dongekong Junior nicht die, die kommt? Nein, Dongekong Junior ist der Dongekong aus Dongekong Country Weil der original Dongekong ist ja der, der damals mit Marius Freundin gekettet hat Ah! Und Dongekong Junior ist quasi genau dieselbe Person wie der Dongekong aus Dongekong Country Okay, ich verstehe Nur das Spiel kam ja vorher raus Ich verstehe Es ist kompliziert Jetzt muss ich hoffentlich den Turbostart kriegen Nein Der Dongekong aus dem ganz ganz alten Donkeykong ist Diddykongs Opa Nein, das ist Donkeykongs Opa Diddykong ist ja verwandtschaftsmäßig Ist das nicht der Sohn von Donkeykong? Nein, das ist der beste Kung Ach stimmt, die sind ja nicht mal dieselbe Fingrettung Richtig Das eine ist ein Gorilla das andere ist ein Fingfernseher So peinlich Kann ich mit einer Feder hier irgendwo abkürzen? Ja Das ist eine Stimme, die erlaubt ja viel Abkürzmöglichkeiten Aber ich verkack's gerade Hier überall Wow, mir hat grad jemand Ich kann halt mit dem Dongekong Junior genau gar nichts Ich hab grad in einen Pilz reingedrückt Du scheiße Schatten 3 Bitte Wow, was war denn das? Der Blitz Ah, jetzt sind alle klein Außer Du warst Weil ich ihn ausgelöst hab, richtig? Ja, ich muss mich ein bisschen vorkämpfen Ja, auf der Wii macht der Blitz, glaub ich, random mäßig Mal Leute groß, mal Leute klein Macht die Sache auch eigentlich witzig Ja, weil du ja nie weißt, was passiert Ja Wie aber macht der die erst so, dann macht der die komplett noch größer Aber dann trotzdem klar, also langsamer Oder Ich weiß es gerade gar nicht so genau Wer in der Bananenschale bringt mir doch jetzt hier auch nix Glaubt Also ich hab's jetzt wirklich dem Blitz verbunden Weil mit dem Dongekong kann ich hier noch gar nichts Ja gut, ich bin dritter Es geht schon genauso los wie vorher Ja Wie war das, die Kampfansage? Jetzt geht's richtig ab? Ja Na gut, noch was auch nix von da Ja 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 Schönen wir den Geisterhaus Kann man so schnell runterfahren Ja, wenn man... Ich hatte... oh Gott Ich hasse diese Besteuerung... ich werde halt direkt durchgereicht Von Platz eins gestartet und dann... ja... Bis auf acht Ja, ich bin jetzt am Letzter Gut, unter anderem war ich einmal gegen die Wand gefahren Wow! Okay, die Stimme... Ich weiß nicht, ob's mir gefällt Ich bin gerade über meine eigene Bananenschale gefahren Mir gefällt's auf jeden Fall nicht Ja, mir auch nicht Schon allein aus dem Grund, weil es ein Geisterhaus ist Warum? Magst du Geisterhause... äh Geisterhäuser nicht? Nicht wirklich... aus diesem Grund Jetzt auch bei normalen Mario-Spielen oder nur bei Mario Kart jetzt? Bei normalen Mario-Spielen... ja, kommt... ja... ne? Muss man schnell mal runterfahren Das kommt drauf an Also bei Mario World selbst fand ich die eigentlich witzig Aber es gibt ja diverse Mario-Hacks, das ist ja bösartigst Ja gut, Mario-Hacks sind ja meistens bösartig Ja, zählt ja nicht Das darf man ja nicht Das sind ja keine Nintendo-Spiele Richtig Wenn du so Spiele wie Kaiser Mario dazu zählst Mir ist gerade aufgefallen, dass ich letzter bin und trotzdem runterfalle Ja gut, das ist ja der Position egal Oh Gott, ich war Zweiter und jetzt... Und ich hab noch eine ganze Runde zu fahren? Jetzt werde ich... ich glaube ich werde sogar Fünfter und... Nein, ich werde Vierter Kann ich mit nem Pilz anwärts kürzen? Ähm... nein, aber du kannst den überholen noch schnell Batsch! Ja... Ja gut, das war von uns beiden jetzt nicht so glücklich Sagt der Vierte Ja, ich meine ich bin ja zum Glück Vierter geworden, das heißt wir müssen es nicht nochmal fahren Dann hätten wir vielleicht beide ranken können, egal Ja gut, hättest man das vorher gesagt Nein, nein, nein... So was machen wir nicht Einer von uns muss dann den ersten Platz kriegen Dass wir nachher dann den Special Cup kriegen Ja... Oho... Durchgereicht, letzter Echt als Donkey Kong warst halt wirklich den Superstart Wow, hier gibt's ja, äh, Dengs, Mauls, äh, wie heißen die auf Deutsch? Maulwürfe Ey, manchmal ist es echt schlimm mit mir, ich komm echt nur auf die englischen Begriffe Obwohl Englisch ja gar nicht meine Huntersprache ist Ja, aber Maul ist natürlich, das kann man schneller im Sinn als Maulwurf Ja... Wow, das war... Bitch... Bitch... Bitch, ich... Also... Kennst du das, wenn du irgendwo an der Wand festhängst? In diesem Spiel? Genauso hing ich grad an Peach fest So, so, dass du die ganze Zeit dagegen donnerst und so ding 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 Ja, und die wollte nicht weiterfahren Wobei du kannst ja rückwärts fahren Wie geht das? Äh, du musst bremsen und... Wenn du bremsen? Dann auf der B-Taste... Ne, Y... äh, Y ist es gewesen Äh... Okay Dann bremst du Du kannst auch so in Kurve driften Hier wird nicht gebremst Ja, ich mach doch keinen Wunsch, ja Ja, ich drifte, weil ähm... Weil ich kurz das Gas loslasse Ja, ne, aber du kannst auch rückwärts driften Okay Oh, da ist Luigi Ich seh' noch kriegt, dann krieg ich wenigstens Punkte Du bist ja nur Dritter Ja... Ja, ich merk's gar nicht Wie gesagt, mit Donkey Kong Junior... Rein gar nichts drauf Das ist wirklich... Okay, überhol dich so, und dann... Ja, Gotti, Crap Nein Nein Ja, gut Das geht mal kaputt Wo ist das Erste? Nicht, wenn mich Luigi jetzt noch überholt Oh, bitte, bitte Fünfter, nein Oh, krass Jetzt musst du mal auf die Zeiten gucken Das war ein Foto-Finish Krass Aber beide Hey, ich bin mal Zweiter geworden Ja, guck dir das mal an Ja, jetzt hast du weitergedrückt Du bist ein Held Ja, wir können auf der Aufnahme dann gucken Nein Doch Hey, das wird ganz schön eng, ne? Spult nochmal zurück und macht mal Pause da in dem Moment In dieser einen Sekunde, in der er noch nicht weitergedrückt hat Ja Weil das war wirklich knapp Eine Hundertste Und ich werd wieder durchgereicht Ja, wie sie mich halt voll in die Lava reindrängen Und ich hab meine Banane-Cut von die Lava gedrückt Ja Ich hab gedacht, hey, ich wärs immer nach vorne Kann man hier abkürzen? Ja Wow, da steht Stopp Braucht man da etwa eine Fee dafür? Ich würde behaupten, in meinem Jugendlichen darf ich zum Ja Toll Hab ich wieder ne tolle Position jetzt Oh Gott, was ist das für ein App? Da kann man sich hier voll verfahren Ja, ich mag die eigentlich auch nicht Deswegen bin ich auch gerade nur Bam Jetzt hab ich nen Stern Komm, räum mal auf Einer von uns muss Gold kriegen Sonst können wir das nachher haken in den Special Cup Dann muss man den Cup nochmal fahren Den kannst du schon schön fahren Ich hab mich da noch raus Herrgott, was ist los? Ich bin schon wieder nur noch Sechster Ich bin Achter Schön ist, auf der Geraden geh ich natürlich mit Dongy Kong tierisch ab Oh, ich hab nen Fehler Ja cool, ich fall einfach so in die Lava Ja Time to shortcut Ich bin einfach nur mit riesen Abstand Nein, guckst du das mal an Mit riesen Abstand letzter Aber ich bin, eh, ich bin Fehler geworden Also wenigstens ein paar Positionen hast du mir gekauft Das macht grad momentan so gar keinen Sinn irgendwie so zu fahren, ne? Weil du letzter bist mit Abstand Aber mit so nem Abstand Ja, ich bin grad Fünfter Oh, ich seh, ich seh Yoshi Ich glaub, die Leute, die jetzt zugucken Von deinen lieben Abo-Menschen Ja Die dieses Spiel spielen können Die werden mich so auslachen Wer weiß, wie's bei mir gleich aussieht Und wahrscheinlich de-abonnieren, weil sie mich jetzt absolut grundsiv hassen Ach, das ist gut Meine Abonnenten haben alle Mitleid mit, ähm Mit Mitleid, mit Gefühl für Minderheiten, für Leute, die kein Mal haben Der Typ heißt doch Tod, ne? Im Toad, ja Im Toad, ja Im Toad Da heißt wirklich Kröte Ja Oh, was weißt du das denn jetzt? Göttliche Eingebung Oh, was war das? Ich bin in der Wand geglitscht Ja, ich werd... Wir dürfen dieses Rennen nochmal fahren Wahnsinn Habe ich schon mal erwähnt, dass ich mit Donkey Kong gar nichts kann? Komm Auf Sitter, aber noch Sitter Herrlich, herrlich, herrlich Ja, retry Das ist schön Oh, letzter Ich hatte das ganze Feld grad vor mir Und ne... Oh, danke fürs Anschieben Bitte Das ganze Feld vor mir, ne grünen Schild geholten Panzer Aber natürlich keinen getroffen Weil ich's lieber in die Blur reinschieße Ich bin in die Blur rein Oh, Kopf an Kopf rennen Eine Fettsäcke Schieß ich Bors ab oder schieß ich dich? Überleg's dir Wer sitzt neben dir? Ich hab keinen getroffen Oh Gott Oh Gott Oh Gott, nein Das feift da von mies zu sein Oh Gott Du hast sogar dummig noch überholt Was soll das denn zeigen, ey? Ich ramme immer die Hecke Du hast sogar dummig überholt Also bitte, ey Dann guck dir noch mal den ersten Teil davon an Machen wir mal Let's Race Kaizo, ja? Let's Race Kaizo, bitte nicht Oh Gott, nein Let's Race MMM MMM? Mario ist mal so festgelegt Dann lieber Kaizo Oder Brutal Mario Bitte, jetzt rechts... Okay, ich werd jetzt da Irgendwie abgefunden Hol dir denn ein paar Punkte Wer erster? Das wird ja diesen Cup wirklich knapp Und es reimt sich Und ich bin... Two Girls One Cup Das war auch knapp Ich hab's zum Glück nicht komplett gesehen Ich hab nur diesen Anfangsteil gesehen Knapp vorm Erbrechen Hat mich nicht ganz so fasziniert, wenn ich dran Ähm, ja Ach, es ist noch ne Runde Ich hab Gott schon befürchtet Komm, du musst wenigstens Zweiter oder Erster werden Damit's nicht so peinig ist, wenn ich Achter werde Wenn nicht die ganzen Continues rausknallen Richtig Wir haben nur noch einen Continuer, ne? Ich bin jetzt in der letzten Runde Oh Gott Das ist gerade Extremskopf von Koffer Ich bin gar gegen die Wand gefahren Deswegen krieg ich den ersten Raten Ich bin zweiter Aber so knapp Ich werd nachher einer Siebter 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 Ja, Siebter Oh komm, 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 komm Ich glaub ich mir jetzt anden noch Oder auch nicht Wie ich mit dem Typen überhaupt nichts kann Ich Ja, das war knapp Das war auf jeden Fall knapp Sean Ranked out So wie bei mir vorhin Oh Gott 18 Sekunden hinter dir ins Ziegel gekommen Ich bin vor dir Aber mit Erster wird das nix Und das ist es